Schweinefret down! Wie so ne einfache Glowstone Kommt man gut dran Einfache Glowstone Mining Corporation Also baut sich einfach einer hoch und schlägt alles weg Corp Inc GmbH AG Ja CoCaG und so ne Ich hack es runter, ihr fangts auf Wie Funke Marienchen Oder Sternsicht Wie Sternsahler So niedrig Warte ich hab's irgendwie auf 8 Grafikeinstellungen Ne auf 9 hatte ich es immer auf 10 Fangt den Glowstone Grafieinstellungen Ich hab nur auf 12 Wow Stellts mal auf 16 Ah guck mal Der will nix von mir Könnt ihr mir mal bitte sagen wenn dein Gas so kommt Wenn der mich jetzt anschließend bin ich hier tot Seht das super liebste aus Ja aber ich fall ja unter Du hörst ihn ja erst Ok Glowstone Wieso habt ihr ihn nicht eingesammelt? Wir waren noch beschäftigt Wir müssen erstmal dahin kommen Voll die wird geteilt Nehm mal die XP vom Gas Nein ich hab gar nix eingesammelt In die Richtung siehts auch irgendwie vielversprechend aus In welche? Äh hier in die So hier? In die Richtung Ok gehen wir mal in die Richtung Warte haben wir alles? Siehst du ein Starlokat? Ja ne? Oh Vorsicht weg Lava seh ich hier unten Ich glaub da hinten seh ich hier aber wirklich was Oh Gott was ergießt sich denn da hinten für'n Wall Lava seh Für die Thumbnail Oh hier ein Weg drüber ich bin so mutig Ich bin so mutig Hier hinten ist aber glaub ich irgendwas Hier sind auch ganz ganz viele Schweine auf einem Weg Wir haben total verplant Fackeln zu setzen Ähm ich kenn immer noch den Rückweg Kommt ihr mit mir mit? Ja ich komm Wahnsinn nicht schubsen Basti Ich hab voll Angst ey weil ich so oft mit anderen Leute gespielt hab Wieso soll ich dich schubsen? Hahahaha Ey was für den Leuten die ich schon gespielt hab Ich werd er Und ich würd ja auch andere Leute schubsen so ist ja nicht Ähm Was? Aber euch halt nicht Bei ihm hüpft der hier einfach so runter wie so'n Mutiger Magma Schleim So'n Block Kann man den töten? Da brennt der mich direkt an Droppt der was Tolles? Ähm der hat jetzt nichts gedroppt Es gibt ja auch noch nen Groß Und der droppt was Tolles? Das weiß ich nicht Der kann glaub ich Ja doch klar Magma Schleim Balls kann der Ich glaub schon ja Magma Balls wie hättest du Dinger denn? Magma Cream Wieso fällt der Kies eigentlich Ich wollt grad fragen Wieso fällt der Kies eigentlich nicht runter? Weil das ein Generationsfehler ist Wenn du einen abbaust Dann fallen alle runter? Dann updatet sich die Physik Jaja Echt jetzt? Jaja also die die betroffen sind Hier unter den Schweinebeermännern Unter der Bande Da brauch ich aber eure Hilfe Ist Glowstone Warte mal kurz bevor wir hingehen Basti geh mal vorsichtig hin Aber nur vorsichtig Weil der war Hey my friends Und dann hau doch unter denen den Kies weg Du kannst mal warte Ach ne da war Nix Die greifen uns aber auch nicht an oder? Greifen sich auch nicht mehr an? Warte ich guck mal Dann sind wir jetzt safe Dann sind wir jetzt safe Dann guck mal wir alle Wir haben so viele Und jetzt er direkt Schlafen Die umzingeln einen erst Und dann hauen die da oben Ja So warte hier mach ich mal wieder so ein äh Fäckelchen Ah ne hast du es schon? Okay Ab und zu denk ich dran Ab und zu denk ich dran Wir hätten in meine Richtung gehen sollen Da hinten ist glaube ich was Guck mal Ja da ist eins Ja da ist was Da ne in die Richtung oder? Ja ja genau da ist eins Guck mal hier Guck mal hier Oha alter Ey Nein da bist du Oha Hier vorne Ja Hier ist nochmal so ein Becken aus Kies Das ist trotzdem noch Ich bin ja ganz mutiger Ich lauf über fliegendes Kies Oh hier ist die Festung die ihr meint Und soll man die abbauen? Dann dauert das ewig Äh Ja und nein Ja mit deinem Hacker geht das Wir können aber erstmal durchgehen Ach das Netherseek ist aber auch genau das Was ich sowieso aus den ganzen Kram machen könnte oder nicht? Ja ja genau War ein bisschen hier Guck mal Aber hier sind Netherwarzen Alle meins Alle meins Warte wo seid ihr? Seid ihr reingegangen? Alle meins Alle meins Und was baut ihr da ab? Warzen Diese Pilze oder was? Netherwarzen Ja oah alter In der Kiste gefunden Die teilen wir auf Es sind sechs Diamanten und ein Sattel drin Ich hab noch keinen Sattel übrigens ne? Echt nicht? Ja komm Nehmen wir erstmal mit Sattel ja Naher aufteilen Ja ich denk mal sowieso Dass wir die Beute hier komplett Ja jetzt können wir mal oben weiter gehen Links und rechts Das Ding ist verflucht groß Ja Hier ist Glowstone Wenn wir uns hier raushacken eben Direkt an der Tür hier Ja das ist gut Aber hier irgendwo Vorsicht bitte nicht schubsen Wie kommst du mal auf schubsen? Wir müssen aufpassen weil irgendwo hier sind auch blaze rod spawner Ja Guck mal ein bisschen um die Ecke Okay Okay Save Von Not kannst du hier wieder einen Eingang bauen Oh Hab ich's zugebaut Schnell baut Craps zu Okay Haben wir Check Geht's da auch weiter? Ja natürlich geht's hier weiter Machen wir mal kurz hier in der Ecke ne Fackel Na ja gut Warte dann nehm ich deine wieder mit Und packen Genau Bier Sackgasse Boah geil Nein Wir finden nicht mehr zurück Nicht voll gelohnt Okay Da haben wir das Ding gerade abgebaut Wir können noch nach oben gehen Aber hinten waren auch noch mehrere Wege Hier das müsste nur ein Ausgang sein oder? Ja das ist dieses Loch Spring mal raus Ach ne Wir sind immer noch von hier gekommen Also von hier kamen wir Und jetzt geht's hier hoch Aber ähm Genau von da kamen wir Also hier ist auch noch Aber es gibt zwei oben Hier geht's ein bisschen weiter Gibt noch einen oben Ja oder Es geht doch mal ganz verwinkelt Und ganz komisch weiter Ja ja Hier geht's wieder runter Perfekt nur ein Weg immer Oh Gott Ich würde den auch erstmal zu Ende laufen Ja Wir haben noch ne Kiste Was ist drin? Ähm Ein golden äh goldene Pferderüstung Hier ist noch ne Kiste Oh Gott Eine goldene Pferderüstung Drei Goldbarren Nochmal drei Goldbarren Und nochmal eine Sache Die Goldbarren hab ich jetzt drin gelassen Ich habe drei goldene Pferderüstungen in einer Kiste Ja geil Nehmen wir alles mit Alter wir bauen uns hinterher eine goldene Pferderarmee Hier hinten ist noch ne Kiste Ernsthaft? Hier ist noch ne Kiste Ja die hab ich schon Aber hier hinten ist noch eine Boah hier waren vier Kisten dann Da geht's auch um die Ecke Aber dass die Kisten hier spawnen ist neu oder? Wo seid ihr denn jetzt hin? Äh ich glaub nicht Ganz linke Gang Okay Noch ein Sattel Warte ich guck mal was hinter dieser Wand ist Eine Eisenrüstung Was brauch ich denn nicht? Knochen Okay die Wand ist doch nicht gefakt Ich hab ein bisschen reingeguckt Bist du sicher? Mach nochmal ein weiter Ich werde ein dahinter ist die mega Ja Die ist dann sogar aus Blöcken gebaut Da muss man sich reinbauen sogar Ja Ah ich glaub hier war noch ein geheimer Gang Was war das? Würde sich hier noch blazern oder? Hier geht's wieder hoch Hatte so ein bisschen was von dem Pferd Hier in der Ecke ist Ja hier Ah ne Okay Jetzt können wir wieder hoch Können wir wieder hoch hier Ganz schön verwinkelt alter Wo ist Ball denn jetzt hier oben noch Ich hab alles noch Ich hab alles noch im Blick Alles noch im Blick Ich kann sogar komplett den Weg sagen Jaja So ganz grob So Nächstes oben Hier ist das nächste oben Oh ein Lavading Fackel Neben dem Lavading Da ist was anderes Gast Achtung Irgendwo hab ich ein Gast Ich hab ich sehe hier was komisches Ah das ist so ein großer Blob Ja ja Und ein fliegender Und ein blaze rod Das ist ein blaze Achtung Der feuert ganz gut Darf ich den abschießen? Ja Er ist tot Und jetzt den Schlotz hier noch Den Schwabble Wabble Der Schwabble kommt runter Der Schwabble fällt Wenn der tot ist Kommt da mehr raus ne Aus dem Okay Achtung Ganz viele Oh zwei Schwabbles Und ganz viele Schwabbles Schwabblesy Bubblesy Herr Blaze hat was gedroppt Blaze rod? Herr Blaze Eine Lohenrute Ja 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 Seine Rute genau Aber die braucht man für nen Brewing Stand Ja Um die Getränke brauen zu können Und sich bald Auf jeden Fall behalten Was haben die Gazy Gasts gedroppt? Äh die droppen Gast Äh ne Ja doch so ne Gasträne Muss mal grade gucken was ich hier alles Interessante Bauweise Also jetzt wird's ein Äh Krabs hier Nethersteine Gib mal was ab Achso äh ich will die nicht Ja Äh Krabs aber Krabs Also pass auf Ähm der Gang sieht länger aus Wir sollten die hier zuerst abgehen Nach links Toll Super lang Ja ne den hab ich grade schon gesehen Nach links ist halt Lass uns immer nach links gehen Und dann Und hier ist Ende Das ist aber ein Fake Das war's hinter Buddel mal lieber ja Wollte grad sagen Ich hör die ganze Zeit Gasts hier am rum Ja über der Burg Jetzt gehen wir hier lang oder was? Den langen Gang? Ja Ja Alles zu hier? Ja Alter hieß auch noch ne Kreuzung Äh Ja geh links rum Links geht's hoch Stimmt Und links links ist ein Blaze Da ist ein Gastspawner Jungs Haben wir wieder ein Blaze Äh ja Gasts sag ich schon Ja da ist ein Spawner Ein Blaze Spawner Hast du Fackeln? Ist das gut? Parat Dann lass uns äh Den Spawner Beim Reingehen Direkt schon mal mit Fackeln zu stellen Achso ich wollte den zubauen Damit wir wissen noch wo der ist Das ist doch praktisch oder nicht für uns Ja klar Aber erstmal deaktivieren Damit wir da ordentlich looten können Ja Und deaktivieren tue ich den mit Fackeln? Ja 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 wenns zu hell ist spawnen die nicht mehr Ach hier ist auch noch ein Spawner Ja Das sind zwei Spawner dann Fuck ich brenne Schau können wir was dagegen tun Wir sind auch so die Experten Wir haben zwar einen Pfeil und Bogen Aber der hat Flame Und Flame Können die ab Ich hab noch ein einmal mit Stärke Woah Hilfe 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 Ah Okay Äh wollen wir mal rein stürmen Äh Krabs und dann Ja genau ich mach gleich einen auf Bersi Ich mach gleich einen auf Bersi Ich hab alle Okay okay schnell zu stellen Da schieß ab schieß ab schieß ab Ah hell 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 Okay Das mehr ist hier nicht Okay das wissen wir aber dann schon Klar Ich hab jetzt keine Fackeln mehr Übrigens Kann man den mit Behubserkeit Äh behubserkeit Behutsamkeit abbauen Äh Theoretisch Muss aber auch klar Aber ich glaub das ist nur ne Chance oder Hier ist nämlich noch ein Spawner Ja Habt ihr noch Fackeln? Ne Ja ich hab Fackeln Ich stürme rein Wie viel hast du? Vielleicht mal die Hälfte auf Dann gib gleich mal ein bisschen Brenne und verbrenne Ahaha Warte Spring Spring Ich springe Ich springe Ich springe Ich springe Ja alles klar So Und den könnte man mit Behutsamkeit abbauen Du kannst ja mal Ja mach mal Ich hab ne Behutsamkeit Spitzhacke Nimm mal Ja wir können ja den mal ausprobieren Ich versuch's ja Oh shit Oh shit Was ist denn hier los? Ich hab keine Ahnung Ich sterbe glaub ich diesmal Steb nicht Ahlo Leute Leute Renn erstmal hier raus Renn hier raus Renn hier raus Du auch Ein Herz Ein Herz Anderthalb Herzen Ein halbes Herz Oho Oh alter Wieso kam die jetzt nochmal? Ich weiß es nicht Keine Ahnung Die sind glaub ich wieder da Ja ja Einer ist da Alter Schwede Ich glaub dann ist da hinten auch noch was Oh nein sie wollen mich erschießen Die schießen auf mich Ich hab mein Ach noch mein Fleisch ist noch da Aufs Maul So Hast du hier noch ein bisschen mehr Fackeln? Aber hier sind überall Fackeln dran Ja mach noch mal so rum Ich versuch's jetzt Ich versuch's jetzt Ich versuch's jetzt Geh weg Hast du? Seh ich den Kasten Ich hab nix bekommen glaube ich Na doch Na doch Dann würd er ihn sehen Also dann hab ich ihn nicht Schade Alter was ist denn hier in der Nähe Hier sind schon wieder so'n Gas am rumhampeln Funktioniert das denn überhaupt Oder war es jetzt äh Könnte sein Sollte eigentlich klappen Also ich kenn Ja eigentlich schon Ich kenn Sachen wo es geklappt hat Aber Äh die Ich hab Behutsamkeit 1 Hat mit der Zahl zu tun Vielleicht Vielleicht braucht man ein bisschen höheres Mehr Glück oder keine Ahnung Oh ich Idiot Die wollen ja gar nix mehr von uns Aber wir sind die anderen Gänge durch abgegangen Jaja jetzt gehen wir erst mal rechts Das ist sowieso auch neuer Gang ne Die Treppe nach oben ist neu Ja Okay gehen wir mal hin Wieder links Langer Gang Rechts ist langer Gang und Pause Geradeaus ist auch langer Gang Links geht es aber weiter Ich glaub überall sonst ist Pause Ja dann gehen wir mal nach links Okay wir können dann wieder links Und links Und rechts Ähm Ich weiß nicht ob links am Ende noch was ist Da könnte ganz am Ende nochmal ne Abzweigung sein Äh Ja Hier ist nochmal links und links und rechts und rechts Aber nur Sackgasse Okay der Gang ist Klar Hier kann man doch richtig geile Base bauen Ja Aus dem Teil Hat so ein bisschen was von Dungeon Keeper Hier ist ne Sackgasse Ne hier gehts rund Ne hier ist ne Sackgasse Manchmal sieht das so aus als würde ne Treppe nach unten führen Das ist total Sackgasse 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 Moment 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 Hier Wieso sind hinter uns jetzt wieder ähm Dinger Die sind von Das kommt hinter uns Ja ja die haben Zufall Wir hatten noch ein Spawnorder Warte jetzt nicht aufteilen Basti wir gehen da eh zurück Lass die da damit wir wissen wo wir herkamen Besser gehts ja nicht Ist aber auch Ende Dead End Ja Also links Ja müsste aber auch ein Ende sein oder nicht Ja könnte Aber auch Ist auch ein Ende Okay gut Links jetzt kannst du nochmal gehen Und hier gehts nämlich hoch Das ist nämlich noch neu Ah das hab ich gar nicht gesehen hier die Oh Hab ich mich erschrocken Und Plitscheplatscher Hier gehts nochmal hoch ne Ja einfach Zwei